rums kabums da dumms oder so hier ist doch schon wieder irgendwo was an der wand hängen geblieben so ja hier sind wir jetzt ich muss mal gucken wo wir überhaupt noch waren das funktioniert ja nicht weil da noch kein saft drauf ist oder was war dann ja wo müssen wir jetzt hin da kann wir nicht irgendwie das haben wir auch schon ausprobiert muss ich erst echt wieder orientieren das ist ja furchtbar ja ich weiß noch wo wir waren da müssen wir nee da müssen wir gar nicht hin das magnet da ist so ein schalter noch den müssten wir auch mal irgendwie betätigen wie können wir das denn mal nicht machen so das magnet dingen haben wir ja aktiviert hier haben wir einen grünen schlüssel ich weiß moment noch gar nicht wo der zugehör gehört genau das habe ich auch noch nicht rausgefunden also müssen wir mal schauen da geht es nach ganz unten ja und hier ist das mit dem ding star den schalter da ich krieg den irgendwie nicht bedient daher nicht wegwerfen nach falsche cluster da noch mal das können wir nicht hin irgendwie was kleines sind werfen vielleicht das ist schon zu groß glaube ich und zwar noch kleiner sein aber ich glaube das haben wir auch schon ausprobiert die tasche haben wir die fernbedienung die könnte vielleicht gehen ich muss mal weg ich probiere es noch mal aus wenn wir runter fallen fallen wir runter klar und das tun wir auch keiner da wo ist der überhaupt der nachbar vielleicht grüßte uns an ich komme nicht weiter der ist weg keine ahnung wo das da ist ja der hat uns erwischt na gut fängt ja wieder gut an jetzt sind wir schon wieder zu hause ich dachte wir schaffen es noch schnell laufen 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 wieso ist er eigentlich da oben sag mal da gehöre ich hin nicht er ja wie auch alles gemacht ne muss mal rausfinden was das mit dem roten schlüssel auf sich hat ich muss ja wieder runter ich muss ja wieder runter ist ja eigentlich ich fürchte aber der nachbar wartet da der ist da irgendwo ich komme da nicht hin schnell hier rein muss mal gucken ach nee warte mal ich gucke mal hier woanders und zwar hier das ist aber ein grüner ist auch kein roter doch das ist er doch ey das ist doch ein grüner oh oh der war hinter uns jetzt haben wir wieder irgendwas gemacht wieder ein mini spiel muss sehen was das diesmal wird oh nein die müssen schon ja die müssen schon wieder oder wir müssen schon wieder ausweichen ach wie oft denn noch das waren jetzt schon 85 mal oder so wo ist der nächste schrank da wo kommt er denn jetzt wieder her aber das ist es das der rück muss oh ist das feeste ich hab's geschafft guieren gu편 gucido gu удоб Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, sollte es etwa sein, dass wir es jetzt schaffen? Ich bin ja noch misstrauisch Oh, wir haben es geschafft Was? Dafür habe ich das jetzt gemacht, dass ich hier draufgehe? Nein! Ich werde es doch nicht zulassen, dass er uns fertig macht hier Haben wir es jetzt geschafft oder müssen wir alles nochmal machen? Drückt die Daumen, dass ich es geschafft habe Mann, das war ja ziemlich häufig jetzt, aber egal Dann sind wir durch Mit dem Einkaufswagen habe ich mittlerweile, denke ich mal, auch schon raus Ich habe da eine Idee, das würde ich mal ausprobieren Dann müssten wir da auch nochmal hin Ist ja egal Aber ich muss ehrlich sagen Die Mini-Spiele hier Sind das hier Die sind so schwer Kann ich jetzt da rein oder muss ich dann... Was? Oh oh Er nimmt den Schlüssel nicht Wir haben schon zu viel Kram hier Ich brauche die Fernbedienung nicht, schmeiß ich mal weg Das kommt da, oder? Komm dem Schlüssel Da gehst du nach draußen Gut, das haben wir geschafft Jetzt müssen wir das mit dem Einkaufswagen noch machen Und wir haben einen weißen Schlüssel Das könnte sein, dass der Schlüssel auch noch woanders passt So, das ist der Schlüssel nämlich noch Muss ich mal überlegen, wo war das noch? Das haben wir immer noch nicht gemacht Hä? Wieso hängt denn das Das Ding da oben? Krass Ähm Warte mal Ich muss überlegen Wo haben wir das gemacht? Wo waren das noch? Boah, wir haben so viel Kram gemacht Ich habe gar keinen Durchblick mehr Ich muss nämlich den weißen Schlüssel Den weißen Schlüssel Hm Ja, da kommen wir nicht Da kommen wir auch durch den Trick da rein In dem Raum Von draußen irgendwie Ähm Das war doch irgendwo da Wo? Nein Gibt's doch nicht Das ist doch wirklich Wir müssen nach oben Das haben wir immer noch nicht Das Ding hier Na gut Jetzt haben wir nämlich hier hinten Können wir direkt hier hoch Das ist zu? Das bleibt auch zu Ich möchte das nicht aufmachen Jetzt sind wir einfach im Kreis gelaufen Egal So Ähm Ja, wir müssen irgendwo nach oben Wie war das noch? Muss man überlegen Boah, ich habe im Moment einen Filmrest Das war jetzt so krass Das war jetzt so krass Was? Was macht der denn hier? Ach nein Jetzt sind wir ihm sogar entkommen Jetzt wird er uns die ganzen Kartons kaputt machen Muss abhauen Jetzt kommt er hoch, ne? Oder auch nicht Jo Also krass Ähm Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet Dass er da oben steht So Ich muss echt mal überlegen Wie war das mit dem Schlüsselchen hier noch? Mit dem Och Och Mann so Jetzt hat er mich wieder irgendwo gesehen Da kann er eh nichts machen Da kann er mich nur bewerfen Da komme ich nicht hin Muss wieder zurück So Mal hier rauf So Ah, das war doch Das war gestern war das Da hat mir ganz schön viel gemacht Da oben komme ich zu diesen Magnetdingen hin Was denn? Wieso? Wo ist der denn? Der ist bestimmt ganz unten da irgendwo Keine Ahnung Ähm Ich muss echt mal überlegen jetzt Ah Was? Was macht der denn da? Na jetzt wird es aber kriminell hier Also jetzt wird es echt kriminell Jetzt geistert er da oben schon rum Weil ich so weit gekommen bin, ne? Weil ich das Springt auch auf die Schienen Weil ich das Spiel jetzt durchgespielt habe Das Minispiel Jetzt wird es noch schwerer Boah, ist das gemein Die ganze Zeit habe ich Ruhe gehabt Ich habe totalen Filmrest hier Sorry Ähm Jetzt hat er mir die Kartons kaputt gemacht Ja genau Jetzt haben wir nämlich das Problem Der hat hier alles rum Jetzt komme ich da nicht mehr hoch Das gibt es doch nicht Jetzt läuft der hier oben auch rum Ich war die ganze Zeit hier sicher Toll Ist hier auch? Ja Obwohl mir das jetzt auch nicht viel weiterhilft, oder? Oh wei Oh oh Jetzt geht es aber los Jetzt rennt er hier oben auch rum Das sind meine Räume So Hier ist was Wasser Na jetzt wird es schwierig, jeder Ist er jetzt hier hinter? Kann sein Jetzt springt er gleich Auf mich drauf Mann, wo war denn das nochmal? Jetzt überlegen wir mal Ich bin hier völlig raus hier Da oben ist nur das Magnetdinge Da kommen wir überhaupt nicht weiter So Hier oben Da haben wir das abgeschalten Gut Das gibt es doch nicht da Ich habe jetzt so viele Probleme gehabt Das Minispiel zu spielen Jetzt habe ich es geschafft Dann haben wir noch ein zweites Spiel Was wir auch noch machen müssen Moment Ist das nicht hier irgendwie Wo ist denn das? Moment Ich ahne was Oh das ist noch wahr Wo ist denn das? Was haben wir denn da unten noch? Ist auch so ein Generator Der ist da einge Irgendwie eingeschlossen Äh Vorsichtig So Da muss ich doch hin Oder? Natürlich zu Wir kommen überhaupt nicht Ist gar nichts Toll Wieso waren da eben Schritte Schritte auf Schienen zu hören? Läuft da da wirklich Auf Schienen rum? Da bin ich schon wieder am Anfang Hm Ich würde da trotzdem mal Hier laufen Springen Beziehungsweise Da oben komme ich gar nicht hoch Laufen Das ist zu Steht dieser Stuhl Da waren wir auch noch nicht drin Da steht ein Stuhl Das ist direkt Da drin irgendwo Keine Ahnung Wie man da hinkommt Wo ist der denn? Der ist irgendwo in der Nähe hier Da geht das da hoch Hey das ist doch Das ist doch da Bei diesem anderen Minispiel Okay Wir werden mal gucken Dass wir da reinkommen Grüner Schüssel Nehmen wir den Regenschirm wieder Ah Nein Jetzt ist der Schirm weg Toll Kommt der Nachbar jetzt? Scheinbar nicht So da oben ist nämlich noch ein Spiel Da sind wir schon wieder zurück Tja Dann müssen wir wohl jetzt Das Minispiel spielen Da kommen wir auch nicht hin Dass wir das auch mal hinter uns haben Leider Hier wird mal richtig Gequält Ja Ich muss Also Ich habe da eine Ahnung Ich muss richtig kaufen gehen Wie es aussieht So viele Artikel wie möglich Auch wieder so ein Ding Kann Stunden wieder dauern Und Naja Muss ich dann halt schneiden So Ich versuche nochmal was So langsam habe ich mir das rausgeknobelt So wir brauchen Erstmal Die Blumen brauchen wir gar nicht Das brauchen wir auch nicht Das ist Müll Natürlich machen wir jetzt Die Viecher hier verrückt Ich glaube das Zeug brauchen wir oder? Denke ich mal Versuchen wir das mal So Ein Gurkenglas Zum Beispiel Das kleine Große Glas Was Machen wir denn Gurken hier? Was ist das? Das Brot oder so? Das ist ein Panzer? Brauchen wir wohl auch nicht Und da ist ein Gurkenglas oder? Ein kleines rosa Glas Das ist doch da oben Die hören doch nicht auf die Viecher Wenn die sich erstmal eingeschossen haben Egal Blumen brauchen wir nicht Nee Das Gurkensaft Sag ich schon Das Milch Brauchen wir Milch? Nee Schipptasche Schipptasche Schipps Brauchen wir auch Also Gurken haben wir auf jeden Fall hier Dann haben wir diese Rosa Gläser Große und kleine brauchen wir da Also ich denke mal da hinten das rosa noch Das da Vermute ich mal Hm Ich probiere es mal aus Da kommen sie wieder mich verrückt machen Jetzt ist das rausgefallen Schade So Machen wir das mal rein Chips Sind das Chips? Bin mir nicht sicher Sieht mir alles nicht wie Chips aus Hm Och Die hören aber auch nicht auf Die schalten sich gar nicht mehr um Weil die sich erstmal eingeschossen haben Sag ich ja Dann lassen die nicht locker Die hören nicht auf So Große und kleine rosa haben wir Hä Wo ist denn das Gurkenglas? Ach das habe ich noch bei mir Ne Wo ist denn das? Das Gurkenglas ist weg Na toll Oh Wird das hier verloren? Oder die? Das könnten Chips sein Keine Ahnung Gehen wir mal von aus Gurken Panzer Ja Wenn wir das Das ist das letzte Machen wir mal rein Ah das geht nicht Könnte sein Dass das schon Vier Zutaten sind So Was noch? Lassen Sie sich in Ruhe Kleines Großes Und Chips Und Chips Das ist doch Chips Oder? Wo ist denn so Einkaufsfagen? Aber das habe ich ja schon da drin Das bedeutet Dass noch einer fehlt Boah macht es so oft Ihr wollt Und wenn ihr es 93 Mal Millionen Mal macht Und Verzerquetschte So Hier ist meine Mein Wagen Fahren wir mal weiter Wenn ich bloß 1 cm weiter geschoben habe Bin ich zufrieden Das andere war Viel viel schlimmer Ganz ehrlich Das ist ja schon Relax dagegen hier Also die Minispiele Sind schon knallhart Ganz ehrlich Warte mal Was haben wir denn da? Hier ist auch noch So ein kleines Glas Ah Ich kriege es nicht hier Bleib zu stehen Oh Nerven hier Nein die nerven nicht Natürlich nicht So Das machen wir da rein Ich glaube ich habe schon Zwei davon dran Ich habe schon doppelt alles hier Fahren wir mal einfach hin Wenn es nicht ist Dann machen wir es nochmal Normal muss ich hier alles haben Das sind 1, 2, 3, 4 5 Sachen Also Chips Juice Gurken Kleins und Großes Rosa Tag Ach Ne Nicht da raus Bloß nicht raus Weil es kann sein Dass wir Alle Sachen haben Krasse Supermarkt Hier Krasses Minispiel Da ist unser Einkaufswagen Der steht schon da Der wartet auf uns Wir müssen nur noch hinkommen Drück die Daumen Dass es geklappt hat Das ist Brot Was ist das? Eine Tasse Ne Die brauchen wir nicht Denke ich mal Das könnte es jetzt gewesen sein Wie gesagt Das nicht Das habe ich auch schon mal gehabt Das funktionierte nicht Tja Drück die Daumen Dass das klappt Boah Wie Vanille glatt eingesperrt Das hat funktioniert Wir haben die Zutaten Zusammen gekriegt Das war's Hoi Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.